Und unsere Mitte, wo ist die? Silber 2, ich meine. Naja, okay, das finde ich gut. Wie so ein Late-Game-Team, ey. Platin-Fünf-Check. Echt lustig. Ich auch. Ich hätte mich auch schwer gewundert, wenn es wieder anders wäre. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, ich könnte hier nicht wunderbar werden. Ich habe es, ich habe es schon ein Stapes. Ich habe es schon ein Stapes, die einfach nicht in der Mitte. Ich habe es schon gesagt, es ist nicht mehr so ein Stapes. Ich habe es für ein Stapes, die sich die Stapes und die Stapes wieder links zu können. Ich habe es schon nicht die Stapes und die Stapes, die ich es nicht. Ich bin schon noch soACK, die Für. Ich habe es nicht, wenn Sie die Leiblarda hier Probe in die Stapes. Ich habe nur ustedes die Stapes in die Stapes, die ich nicht, in die Stapes zu fassen. Ich habe ein Stapes mit den Stapes. Ernsthaft? 3A ah man ja das ist aber schön das war nix ich hab halt oben gegangt und dann kam auch noch die checks dazu oh ernsthaft ist der checks auch noch die geht ja es läuft ja Und du checkst einen Drinkel. Und du checkst einen Drinkel. Ich mach grad aber ziemlich knapp um enden zu sein. Ich glaub ich hab vielleicht noch, lass es vielleicht 50 HP gewesen sein. Hm, Jax wird wahrscheinlich gleich für die Top ganken. Ein Botfeld. Und du checkst einen Drinkel. Willi. Oh, da wird wohl viel über die Bottling gehen müssen. Oh. Heh. Okay. Ah, sorry. Aber gegen den defeateden Checks kann ich auch nicht sehen. Mann, auf heut kann ich dich auch klauen. Wuuuuh. Newea ist auch noch da oben. Wuuuuh. Okay. Dann. Ah, bin ich? Oh, da müssen wir auf den Knudeln einschlecken. Und ich hab schon noch mit dem Knudeln zu machen. Ich bin einst der Kriste. Eh, ich bin einst der Kriste. Achtung kommt auch noch ein Livier von hinten Nice Woo Woo Und checkt es schon wieder auf, Gott. trägt es hat drei Ich hab da einfach zogen können Oh man ey Diese Checks Von unseren sieben Kills Ich hab ernsthaft ich alle Achtung unten Checks Achtung der Checks ist immer noch vor euch Der will in den Busch rein Oh Und dann hat der Checks Die Mitte kommt Ich hab halt gerade keine Ulti auch Die können hier unten definitiv nichts machen Oh und Schiss Oriana Achtung der ist hier beim Drachen Weg Kevin Und dann versuchen Also Checks ist schon geworden Machen wir das Ding auf genau Oh Opa Weg Ich bin mit Kevin Lassie Ich hab kein Mana Ich kann Checks und den Tower halten Ich bin auf dem Weg runter wenn ich dir was clearen sollte Ich hab Ulti aber Ja Kannst du gerne Ich hab nichts dagegen Wer die kommt Oh man Ich hab keine Mana Nooo Holy shit Oh no Nein Ich dachte, der läuft ja hinter sich Oh Gott Oh Gott Links hat halt echt schon ein Item Oh mein Oh mein Oh shit Oh shit Ist nie gut Nein Nein Love Marvin, love Oh, den läuft weg Nooo Ich weiß nicht Oh ne, jetzt gehen wir ein Kommt hier nicht auch mehr Ach genau Er ist so schlecht einfach nur Nooo Ich hätte nicht sagen können, dass da jetzt alle kommen Ähhhh Wieder kein Mechern auf dir Ne wir Ach, die ist ja auch schon so fett Außer mir haben wir keine Kills Das musst du dir einfach zusehen Und Und das krieg ich beim besten Willen nicht getarried Also Mal ganz fair Das wäre echt heftig Diese Jacks hat aber am Anfang sooo gut gegangt Brutal Keine Chance gehabt Jede Gang war halt ein Kill 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 Oh, dann ist die Ori schon wieder tot Falsche Richtung Falsche Richtung Bisschen Achtung der Jacks kommt zu dir Oh Komm nicht hinterher Ich komm nicht weg, nö Er ist genauso tot 5 Level über dir GG, ey Ja gut, das wurde Der Unterschied zwischen Bronze und Gladien Neeein Ich hab grad echt keinen einzigen Hucke Ich hab grad echt keinen einzigen Hucke Nein Wir haben einfach einen Hucke Oh Erinnere mich an unsere Zeit, an die Zeit, an der ich hien, verändern wollte ich die Zeit. Oh, bei dir ist ein Jackskill. Darf ich den Raum gar nicht erst anfangen? Ganz ehrlich? Die sind alle. Da ist Wall. Es ist auch so schnell. Die hat halt auch schon Schuhe wahrscheinlich. Ja, ich auch. Holy shit. Da geht's. Ihr seid so lächerlich Wind eingeben Das geht kaum nicht Brutal Ich hab schon mal, wenn ich hier rein Das ist mein Tag Das ist mein Tag